Die Weihnachtsvorbereitungen laufen, die Weihnachtsbäckerei, die Überlegungen, welche Geschenke besorge ich für wen, Planungen für die Weihnachtsfeiertage, vielleicht auch für den Speiseplan und hoffentlich auch geistliche Vorbereitungen, der Besuch von Roratemessen, besondere Gebete, die in die Adventszeit passen, Betrachtung der Heiligen Schrift, ja und vielleicht auch und hoffentlich auch die innere Auskehr, die Beichte, die Versöhnung mit Gott und den Menschen. Gott selbst hat es so gemacht, dass er sein Weihnachten von langer Hand vorbereitet hat. Gott ist nicht mit der Tür in die Welt gefallen, nein, es gab viele, viele Vorbereitungen, die er unternahm. Heute feiern wir das Hochfest, unbefleckte Empfängnis Mariens. Maria ist ohne den Schatten der Erbschuld, ohne den Makel der Erbschuld, als Mensch geboren worden, Mensch geworden. Das heißt, sie war ganz heil von aller Anfang an. Sie war begnadet in einem bislang nicht gekannten Ausmaß von aller Anfang an. Denn sie sollte ja die eigentliche Krippe Gottes sein. Aus ihr würde Christus hervorgehen. Aus ihr würde der Sohn Gottes Mensch werden. Und diese Krippe hat Gott von langer Hand vorbereitet. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Weihnachten will vorbereitet sein. Wie Maria Krippe für das Christuskind war, so möchte auch Gott haben, dass ich, dass du, dass sie, dass jede und jeder von uns Krippe wird. Gott möchte in uns neu ankommen. Er möchte in uns Mensch werden und durch uns auf die Menschen zugehen. Gott fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er bereitet vor. Er klopft an. Er hat vielleicht bei mir schon angeklopft. Und ich habe es überhört, übersehen, was er von mir will, wohin er mich führen will. Was er mir an Aufgaben überträgt, manchmal zumutet. Bereiten wir uns vor, dass wir selbst Krippe für Weihnachten sein können. Aus der Gott neu Mensch werden kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Und vor allem die Begleitung Mariens, der Gottesmutter, der Frau, die ganz heil Mensch geworden ist, um Krippe für den Erlöser zu sein. Gesegnete Adventstage.